Hehehehe Bereit? Ich öffne die Tür. Ja, ein Schnappmanns-Crokodil. Was hast du in diesem Ort gekommen? Luffy? Ich habe dich gerettet. Ich bin nur ein Luffy. Ich bin nur ein Grand Line. Was ist das, Luffy? Was hast du gemacht, Luffy? Du hast gesagt, der Land zurückgekehrt! Land? Du bist so dumm. Du kannst dich jetzt holen. Du kannst dich holen! Okay. Ich weiß, was ich es, was ich zu sehen. Ich weiß, was ich. Deswegen müssen wir das Verzugsbewerbsen sehen können. Ich will nicht mehr, dass ich das Verzugsbewerb. Ich bin der Freunde, oder? Ich will nicht, wenn sie sich die Verzugsbewerbsen weitergucken. Ich will nicht die Verzugsbewerbsen. Wenn Sie sterben, dann sind sie auch sterben. Wenn das zu sterben ist, dann ist das. Interessant. Oi! 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 Hm. Hallo, Sanji. Sanji ist halt ausgewogener Charakter hier bei mir jetzt. Äh, Nami darf mal... Ganz kurz hier erhöht das hier. Zack. Itadakimasu! So! Pulverkugel ins Gesicht. Das ist gut. Das ist gut. Vonk. Ho! 2.100 Schaden. Ich glaube, ich bin ein bisschen overleveled an der Stelle, wa? So, dann machen wir das hier noch. Hm. So, dann machen wir das hier noch. Hm. 5.100 Schaden auf Sanji. Oh, was gut. Oh, so gut wie tot. Oh, so gut wie tot. Er grad grapig ist normal an. Dann hätte ich ihn auch einmal noch mal an, damit er umfällt. Das ist gut. Welche, ich bin schon immer mehr. Nun kann ich mich nicht mehr schützen, was ich nicht mehr schütteln habe. Dann wird er auch noch einen Unterkunden geben. Ich glaube, dass ich ihn nicht mehr schütteln kann. Nami ist nicht mehr schütteln. Aber ich bin nicht mehr für ihn. Ich bin nicht mehr für ihn. Wir können sich nicht mehr für die Welt zu gewinnen. Ich bin nicht mehr für mich. Ha 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 Hey, schau mal, der Krokodil! Oh, was ist das? Was ist das? In dieser Situation hast du gesehen? Hm. Okay, Runde 2. Was ist das? Das ist bestimmt nicht. Ja. Das sieht doch schon eher nach einem Bosskampf aus. Äh, wir machen mal folgendes. Das ist, glaube ich, jetzt sinnvoller als den Angriff zu erhöhen. Und jetzt! Eingriff ineffektiv! Okay. Oh! Uy! Sanji blutet, das ist nicht gut. Hör mal! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! So, Sanji ist nicht mehr dabei zu bluten. Achso, wir machen das Ganze gleich nochmal und... Sanji blutet wieder, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Ruffy jetzt auch. Okay. Machen wir mal folgendes. Jetzt hätte ich gerne Chopper jetzt gerade mal hier. Warten wir, jetzt will ich mal was probieren. Weil die Gatling... Okay, die Gatling war auch das, was ihn nämlich besiegt hat. Ich hoffe doch mal, dass das Vieh irgendwann anfangen wird zu brennen, aber... Und dann kommt wieder dann... Holy Shitterella. Sanji blutet noch. Genau, okay. Uh, Sanji. Ich muss mal die Bluetong wegnehmen und ihn ein bisschen hier hin... Äh... Äh... Ich muss mal wieder alle vollheilen hier und wieder Def und Ding uns mitnehmen. Kann ich jetzt irgendein Effekt... Uh... Also das ist nicht immer, das ist nur manchmal anscheinend. Könnte der mal anfangen zu brennen oder sowas? Schade. 152 hier. Das ist halt schon wichtig. Das kommt ja wieder. Wir können noch einen Baskot machen. Siege Crocodile mit Raffi. Ja, wer hätte das erwartet? Äh. Aua. Nicht bluten. Ach man, ist das nervig. Boah. Boah. Hm. Hm. Der hat gesessen. Ich habe doch hier irgendwo 100 SP, alle verbindete Verteidigungen. Da machen wir das nochmal ganz kurz. Wir kriegen alle ein bisschen wieder SP zurück. At least nur ein normaler Angriff. Sanji blutet noch. Die Blutung mal von Sanji runter. Jetzt kommt der wieder mit seinem... Zack, und es bluten wieder beide, oder? Nicht? Uh, mal ganz was Neues. Hier, Lauf-Ruffy. Ei, 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 ei. Wer war Kugel? Normaler Angriff, das ist okay. Sanji macht man was kurz. Der dürfte dadurch nicht sterben. Wir sind so gut wie durch. So, jetzt kommen wir das noch. Okay, jetzt nochmal. Aber wieder ein Schimm ist der Sattel-Spade. Das blutet keiner, das ist wichtig. Und das war's. Sehr gut. Dafür kriegen wir den Erfahrungsbonus. Sehr schön. Sir Crocodile-Mantel. Ruffys Level 31 geworden ist, Sanji ist 31, Level 26. Sehr schön. Ruffys Level 32 geworden ist, Sanji. Und jetzt sind wir das hier. Der Sieglevel 32. Storz! Der Sieghalter! Ah! 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 Ich habe gesagt, dass ich dich überrascht. Ich habe dich überrascht. Ja. 突然の出来事に戦乱が止まった。同時に降り始めた雨に、戦場の殺気が薄まっていく。 戦いをやめてください! ついに、入りの叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声が。 今降っている雨は、昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたから。 武器を捨てる両軍の兵士。麦わらの一部に救出された国王コブラの姿を現し、民衆に終戦を宣言する。 こうして、アラバスタの内戦は終結した。王女と共に命を懸けた海賊たちの戦いは、誰も知らない。 うーん。 うーん。 仲間の人たちは街に出て行かれましたよ。 探しに行かれますか? 今夜は宴となります。それまでには帰ってきてくださいね。 私も一緒に行くわ。 よし!じゃあ、みんな探すか! 秘書の狙い。 めぐみの雨が、アラバスタに降り注ぎ。 人々は傷を癒し、 休戦では戦争の終結を祝って、仙方がも要され。 So und dann sind die dass es dem Krieger nach dem Nacht gelschte, den Kriegen auf dem Weg gebracht. Es gibt die Krieger der Krieger aufwachsen. Sie sind in der ganzen Welt, als sie sich in der Landkirche zu verabschieden. Sie kamen, die sie in der Landkirche. Sie sind für die Alabastha, und sie sind in der Landkirche. Sie sind für die Alabastha, und sie sind in der Landkirche. Ich bin hier, aber ich werde hier! Wenn ich noch mal wieder会e, Soll ich mich noch einmal mit einem仲間 zu holen? ... und schicken die Schmerzen an den Schmerzen an und schicken die Schmerzen an den Schmerzen an. Schick, 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 schick. Sollst du nach deiner Crew eines zum Grabmann der Könige? Die anderen sind die Treppe runter in die Stadt gegangen. Okay. Ach so, das ist der Portstein, äh, Portpoint. Ach, hatte ich schon, okay. Gut, zum Grabmann der Könige, ganz grob geschätzt, wird wahrscheinlich Robin sein. Das ist der Portstein, Minny-kun. Ah, genau. Nur so eine Vermutung, aber ich gehe mal davon aus. Sie war so wunderschön. Ja, Robin kann schon einiges. Da ist sie. Rufi, du hast ihn hervorragend, oder? Ich bin okay, geh zurück in den Kühlen. nicht haben. Das finde ich ein bisschen komisch. Huch, so. Hm. Noch mal zwei? Oh, Zopp und Chopper. Nein, mein... Oh, Luffy! Mh-hm. Du bist hierher gekommen, oder? Entschuldigung. Lass uns zurück. Klissab und Chopper sind beide wieder dabei. Let's go. Wir machen kosten für den Job. Oh, Luffy! Ach, ich will... Oh... Oh, Luffy! Oh, oh! Oh, oh! 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 Um, um, um.